Hallo, ich bin Sebbel und heute zeige ich euch etwas Klassisches und zwar den Nachbau der River Fortress 6077 mit aktuell verfügbaren Teilen. Um dieses Modell nachzubauen, benötigt ihr die mysteriöse Burg aus der Hidden Side Serie, die 70437 und das Waldversteck 40567, das dieses Jahr herausgekommen ist. Leider nur als Gift with Purchase, also nicht zum regulären Verkauf. Wenn ihr das originale Forest Man Set kennt, werdet ihr merken, dass einige Bereiche sehr ähnlich und teilweise sogar identisch umgesetzt sind. Insbesondere der Eingangsbereich mit dem hohen Wiedererkennungswert wurde nahezu identisch gebaut. Da sich einige Teile, wie zum Beispiel diese Wandpaneele, aber über die Jahre geändert haben, mussten viele Stellen und besonders die beweglichen Teile und Funktionen an die moderne Welt angepasst werden. Während ich die guten Eigenschaften des alten Sets übernommen habe, konnte ich andere Stellen deutlich verbessern. Beginnen wir mit den Figuren. Die beiden schwarzen Ritter stammen aus dem Mystery Castle. Hier wurden lediglich die Geisterköpfe durch die gelben Köpfe ersetzt. Aus dem Waldversteck wurden dieser Forest Man und diese Waldbewohnerin übernommen. Wie es der Name schon andeutet, befindet sich diese Festung in einem Fluss und somit wird natürlich auch ein Gefährt benötigt, mit dem dieser befahren werden kann. Vor dem Eingang der eigentlichen Festung befindet sich ein Baum, an dem eine Zielscheibe befestigt wurde, sowie ein weiterer kleiner Nadelbaum. Um die Struktur etwas interessanter zu machen, habe ich ein paar Blüten im Baum platziert. Die Festung wurde zwischen zwei sehr dunklen Bäumen errichtet. Den sehr klassischen Eingangsbereich mit den zwei Schilden betritt man über eine Rampe. Wie es sich gehört, kann der Eingang auch verschlossen werden. Dazu lässt man einfach das Fallgatter herab. Für diesen Mechanismus braucht ihr eine ca. 50 cm lange Schnur, die nicht in den beiden Sätzen enthalten ist. Neben dem blauen Fallgatter bringt auch der rote Pilz etwas mehr Farbe ins Spiel. Da dieses Modell nicht nur gut aussehen soll, sondern auch zum Spielen gedacht ist, ist das natürlich nicht der einzige Zugang. Stattdessen kann die ganze Struktur an einem der Bäume aufgeklappt werden, wie man es aus dem Original kennt. Hier fällt sofort eine der Verbesserungen auf. Und zwar habe ich eine Leiter hinzugefügt, die vom Erdgeschoss aufs Dach des Turmes führt. Im Bereich hinter der Leiter kann eine Figur platziert werden oder man verstaut seine Schätze hier. Neben der Leiter gibt es eine Befestigungsmöglichkeit für Gegenstände wie diesen Speer hier. In der linken Hälfte der Festung befinden sich weitere Verbesserungen. Dazu gehört zum Beispiel dieses Gatter hier. Dieses dient dazu, das Gefängnis zu verschließen, welches sich hier unten befindet. Während das Set 6077 innen komplett leer war, haben wir hier ein zusätzliches Zwischengeschoss. Die Waldbewohner bekommen hier endlich auch einen Bereich, in dem sie schlafen und essen können. Neben Bett und Tisch mit Hocker steht auch ein Nachttopf bereit. Im unteren Bereich der Festung gibt es einen Anlegeplatz für das Floß. Dadurch, dass die Festung so nah am Original ist, stellt sie einen guten Ersatz dar. Die Anleitung für dieses Modell findet ihr für wenig Geld auf replicable.com. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Neben der normalen Schritt-für-Schritt-Bauanleitung habe ich auch eine etwas schwierigere erstellt, die sich an den Anleitungen aus den 80er Jahren orientiert. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche anderen klassischen Sets ihr gerne neu aufgelegt sehen würdet. Habt eine gute Zeit, euer Sebbel.